hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von dem kanal unter den letzten videos habe ich in den kommentaren gelesen dass sich einige von euch ein video zum thema zahlen fragen gewünscht haben und den gehe ich heute nach also wir machen heute alle fragen die in deiner theoretischen prüfung auf dich warten könnten die mit dem thema zahlen zu tun haben hast auch du ein thema mit dem du dich rumplagst dann schreib es doch unter diesem video in die kommentarfunktion sie fahren 50 kilometer pro stunde und haben eine sekunde reaktionszeit wie lang ist der reaktionsweg nach der faustformel also kurzes beispiel wir fahren 50 km h innerorts ein kind rennt auf die straße wir müssen erstmal realisieren okay da rennt ein kind auf die straße und die frage ist jetzt wie viel meter lege ich in dieser zeit zurück bis ich realisiert habe hey da ist ein hindernis auf der straße das ist der reaktionsweg und das ist eine formel du unbedingt brauchst alle formeln findest du im video kurs das ist der erste link in der video beschreibung schau doch mal nach da sind alle formeln erklärt und die formel für den reaktionsweg ist die gefahrene geschwindigkeit geteilt durch 10 x 3 also 50 geteilt durch 10 x 3 sind in dem fall 15 meter reaktionsweg sie fahren 100 kilometer pro stunde und führen eine normale bremsung durch wie lang ist der bremsweg nach der faustformel okay hier fahren wir auf der landstraße 100 km h schnell jetzt ist ja fahren wir auf ein stauende zu zum beispiel reagiert haben wir jetzt schon wir sehen das stauende und jetzt liegt der fuß auf der bremse wie viel meter bremsweg haben wir bei 100 km h und dann nimmst du die gefahrene geschwindigkeit geteilt durch 10 x die gefahrene geschwindigkeit geteilt durch 10 also in dem fall 100 meter sie fahren 50 kilometer pro stunde haben eine sekunde reaktionszeit und führen eine normale bremsung durch wie lang ist der anhalteweg nach der faustformel so und jetzt nehmen wir den reaktionsweg und den bremsweg zusammen und das ganze ergibt den anhalteweg also 50 km h innerorts kind rennt auf die straße wir müssen reagieren bei 50 km h brauchen wir erstmal den reaktionsweg den wissen mehr schon das waren 15 meter und jetzt müssen wir noch den bremsweg ausrechnen das wären 50 geteilt durch 10 x 50 geteilt durch 10 also 25 und jetzt nehmen wir die 25 und die 15 und dann haben wir 40 meter anhalteweg das sind formeln die brauchst du unbedingt für deine theoretische prüfung bis zu welcher zulässigen gesamtmasse dürfen fahrzeuge auf besonders gekennzeichneten gehwegen geparkt werden okay das brauchst du auch ganz dringend also merkte du machst ja ein führerschein der klasse b also für fahrzeuge mit einer zulässigen gesamtmasse von 3,5 tonnen und normalerweise sind 3,5 tonnen bei jeglichen antworten auch richtig außer wenn das parken auf gehwegen erlaubt ist dann sind es zwei achtung pass auf dass du in der prüfung des kommer erwischt 2,8 tonnen wie schnell dürfen sie mit einem lkw mit einer zulässigen gesamtmasse von drei tonnen außerhalb geschlossener ortschaften auf straßen mit einem fahrstreifen für jede richtung höchstens fahren achtung die wollen dich ein bisschen verunsichern mit dem wort lkw also du stellst dir wahrscheinlich unter lkw so einen riesengroßen lkw vor aber ein lkw bedeutet ja nichts anderes als lastkraftwagen also sprich wenn das ding eine große ladefläche zum beispiel besitzt wie zum beispiel ein vw sprinter also so dinge mit denen man um züge zum beispiel fährt oder so oder ein großer pickup könnte auch ein lkw sein und den darfst du natürlich auch mit der klasse b fahren da wir unter 3,5 tonnen sind also immer aufpassen 3,5 tonnen ist dein maximum alles was darunter ist darfst du fahren ob pkw oder lkw ist egal also vergiss mal den lkw außerhalb fahrstreifen mit einem fahrstreifen für jede richtung also zum beispiel auf einer landstraße wie schnell darfst du mit deinem auto auf einer landstraße fahren richtig 100 stunden kilometer schnell und wie gesagt lass dich von dem lkw nicht verwirren weil du weißt fahrzeuge über 3,5 tonnen dürfen nämlich nicht 100 fahren die müssen langsamer fahren verwechseln viele mit dem lkw aber deswegen drehe ich ja das video sie möchten eine autobahn benutzen welche bauart bedingte höchstgeschwindigkeit muss hierfür in der zulassungsbescheinigung teil 1 oder in der betriebserlaubnis eingetragen sein übrigens falls es video bis jetzt gefallen hat dann würde ich mich sehr freuen wenn du im video einen daumen nach oben da lässt die antwort auf diese frage sind 60 stunden kilometer dein fahrzeug muss mindestens 60 stunden kilometer schnell fahren können dürfen oder eingetragen sein dass du damit auf eine autobahn fahren darfst bis zu welcher höhe darf die ladung nicht nach vorn über das fahrzeug hinausragen das sind zweieinhalb meter auch alles was mit so abmaßungen zu tun hat und sowas findest du auch alles im video kurs sie fahren 100 kilometer pro stunde und haben eine sekunde reaktionszeit wie lang ist der reaktionsweg nach der faust formel reaktionsweg das war der erste die erste formel also sprich 100 geteilt durch 10 mal drei 30 meter reaktionsweg welches verkehrszeichen bezieht sich auf die tatsächliche masse t tatsächliche masse befindet sich das t im verkehrszeichen dann steht es für die tatsächliche masse also in dem fall das erste verkehrszeichen wie schnell dürfen sie mit einem lkw mit einer zulässigen gesamtmasse von drei tonnen mit anhänger auf straßen außerhalb geschlossenen ortschaften höchstens fahren achtung hier ist das stichwort anhänger mit anhänger darf sie natürlich nur 80 km h schnell fahren auch hier lkw oder was weiß ich vollkommen egal es geht um den anhänger und das reduziert unsere geschwindigkeit auf 80 km h wie schnell darf ein lkw mit einer zulässigen gesamtmasse von drei tonnen und einem anhänger auf autobahnen höchstens fahren auch hier sind es 80 stunden kilometer das macht keinen unterschied sie möchten am rechten fahrbahnrand parken wie groß muss der abstand zwischen ihrem fahrzeug und der durchgehenden fahrstreifen begrenzungslinie mindestens sein die fahrstreifen begrenzung ist ja die durchgezogene linie in der mitte der straße die nicht überfahren werden darf also wenn du am straßenrand parkst dann muss zwischen dir und dieser fahrbahn begrenzung zwischen der fahrstreifen begrenzung und dir muss noch ein fahrzeug durchkommen und die breitesten fahrzeuge sind 2 meter 55 breit das ist eine regelung breite dürfen sie nicht sein und dann wäre es cool wenn rechts und links noch ein bisschen platz wäre also so drei meter wäre schon echt gut welche richtgeschwindigkeit gilt für pkw und motorräder auf autobahnen das kennst du bestimmt aus deinen paar stunden auf der autobahn das sind 130 stunden kilometer welche zulässige höchstgeschwindigkeit gilt allgemein innerhalb geschlossener ortschaften in der ortschaft darfst du natürlich nur 50 fahren es sei denn irgendwas anderes ist ausgeschildert sie verdoppeln ihre geschwindigkeit wie verändert sich der bremsweg ach das können wir ausrechnen nehmen wir mal den bremsweg aus 50 also 50 geteilt durch 10 mal 50 geteilt durch 10 sind 25 verdoppeln wir die geschwindigkeit also auf 100 das wären dann 100 dementsprechend wäre der bremsweg viermal so lang wie weit muss man beim parken außerorts vom andreas kreuz mindestens entfernt bleiben außer ort sind es 50 meter innerorts wären es sogar nur fünf meter aber die frage kommt bestimmt später noch mal wie weit vor und hinter einem haltestellen schild dürfen sie nicht parken also hiermit ist die bus haltestelle gemeint das sind 15 meter davor und dahinter musste platz lassen damit der bus auch in die ja in diese lücke reinkommt um die fahrgäste einen aussteigen zu lassen sie wollen innerorts vor einem andreas kreuz parken welche entfernung müssen sie mindestens einhalten genau wie gesagt innerorts sind es fünf meter und außerorts waren es 50 welche profiltiefe müssen alle reifen ihres fahrzeugs am hauptprofil mindestens aufweisen das sind 1,6 millimeter achtung hier dass du auch das komma erwischt ich habe mir damals die 1,6 gemerkt ich habe den führerschein damals mit 18 gemacht und der 16 war damals mein bester geburtstag ich weiß nicht vielleicht hast du eine 16 deiner handynummer drin oder 16 follower auf instagram oder sowas und da gibt es bestimmt irgendwie eine edelsbrücke die du dann selber machen kannst wie weit darf eine ladung über die rückstrahler nach hinten höchstens hinausragen ohne dass eine kennzeichnung erforderlich ist dass wir in dem fall ein meter wann muss ein pkw mit anhänger außerorts auf straßen mit nur einem fahrstreifen für jede richtung vom vorausfahrenden einen so großen abstand halten dass ein überholer einscheren kann ja das ist eine ziemlich komplizierte frage also die antwort kurz und knapp sind sieben meter wenn dein gespann also dein fahrzeug dein auto und der anhänger länger als sieben meter ist was höchstwahrscheinlich der fall ist dann musst du ja wie es schon da steht doppelt so viel abstand einhalten als wenn es normalerweise ohne anhänger machen würdest also sprich wenn du 100 km h schnell fährst nicht mehr 50 meter zum vordermann sondern tatsächlich dann 100 meter okay noch mal welche kraftfahrzeuge gilt innerorts die freie fahrstreifen wahl so das kennst du ja schon aus deinen fahrstunden dass du innerorts jeden fahrstreifen frei wählen darfst und ich habe ja schon ganz am anfang gesagt du machst dir den führerschein klasse b also bis zu fahrzeugen von einer zulässigen gesamtmasse von 3,5 tonnen wären die fahrzeuge schwerer von der zulässigen gesamtmasse dann müsstest du auch innerorts das rechtsfahrgebot einhalten wie schnell dürfen sie mit einem pkw außerhalb geschlossener ortschaften auf straßen mit einem fahrstreifen für jede richtung höchstens fahren ja also zum beispiel eine landstraße und demnach 100 stunden kilometer schnell sie fahren auf einer sehr schmalen straße und haben 50 meter sichtweite wie lang darf ihr anhalteweg höchstens sein also hier ist das schlagwort eine schmale straße stell dir eine straße vor auf der nur ein auto fahren kann das heißt wenn gegenverkehr kommen würde dann müssten beide fahrzeuge anhalten und sehr sehr knapp an den rand fahren vielleicht irgendwo ja in so eine parkbucht rein oder sowas um dann auszuweichen und wenn wir 50 meter sicht haben dann wäre es natürlich cool wenn wir innerhalb 25 meter spätestens stehen würden damit der gegenverkehr auch noch innerhalb der 25 meter stehen bleiben kann damit wir uns nicht treffen also in dem fall nehmen wir einfach die hälfte der sichtweite also 25 meter wie schnell darf ein kraftfahrzeug mit schneeketten höchstens fahren achtung es gibt auch eine frage zu winterreifen schneeketten das sind tatsächlich nur 50 km h sie fahren 50 kilometer pro stunde und führen eine normale bremsung durch wie lang ist der bremsweg nach der faust formel bremsweg also gefahrene geschwindigkeit geteilt durch zehn mal gefahrene geschwindigkeit geteilt durch zehn 25 meter sie möchten auf die autobahn auffahren welcher fahrlinie müssen sie folgen wir sehen hier ein rot weiß gestreiftes schild die streifen gehen nach rechts unten und sagen und schon hier rechts daran vorbei darüber haben wir noch ein blaues verkehrs zeichen mit weißem pfeil welches die auch sagt rechts daran vorbei also in dem fall ist die nummer drei die richtige sie fahren 100 kilometer pro stunde haben eine sekunde reaktionszeit und führen eine normale bremsung durch wie lang ist der anhalteweg nach der faust formel anhalteweg also summe aus reaktionsweg und bremsweg reaktionsweg aus 100 war noch mal 100 geteilt durch 10 mal 3 wären 30 und der bremsweg 100 geteilt durch 10 mal 100 geteilt durch 10 sind 100 und in summe wären es dann 130 meter welches verkehrszeichen bezieht sich auf die zulässige gesamtmasse wir haben schon gesagt wenn es t im verkehrszeichen drin ist dann tatsächliche masse wir suchen hierbei die zulässige gesamtmasse dementsprechend verkehrszeichen nummer zwei in welchem bereich vor und hinter kreuzungen und einmündungen ist das parken verboten das sind fünf meter vom scheitelpunkt der kurve aus gesehen welchen mindestabstand von einer ampel muss ein fahrzeug beim halten einhalten wenn diese durch das fahrzeug verdeckt würde wenn es durch das fahrzeug verdeckt wird also du parkst vor der ampel mit deinem porsche zum beispiel ja der ist relativ niedrig er wird wahrscheinlich die ampel nicht verdecken das wäre in ordnung aber mit deinem transporter oder mit deinem wohnmobil kann es sein dass du die ampel verdeckst und dann musst du mindestens zehn meter abstand zur ampel einhalten an haltestellen darf nur gehalten werden wenn busse nicht behindert werden wie lange dürfen sie dort höchstens halten genau gehalten werden darf geparkt darf nicht direkt am bus haltestellen schild halten darfst du bis zu einer dauer von drei minuten wie viel anhänger dürfen hinter einem lkw der klasse b mitgeführt werden natürlich nur ein anhänger also selbst du darfst einen anhänger mit führen welcher das ist also wie groß wie schwer wie viel achsen und wie schnell der sein darf das findest du auch alles im video kurs jetzt sehe ich gerade wir haben eine frage übersprungen wie schnell dürfen sie mit einem pkw und einem anhänger außerhalb geschlossener ortschaften höchstens fahren ach geschenkt 80 km h haben wir vorhin ja gehabt das einzigste was sich geändert hat ist pkw statt lkw aber wie gesagt das ganze macht keinen unterschied welcher mindestabstand muss vor einem fußgänger überweg beim halten oder parken eingehalten werden das sind fünf meter und damit haben wir schon alle 35 fragen durch das ging ja schnell okay also falls das video gefallen hat und dir geholfen hat dann würde ich mich sehr über einen daumen nach oben freuen abonniere auch den kanal um keine weiteren videos mehr zu verpassen und wenn du wie gesagt unten in den ersten link in der video beschreibung schaust dann kommst du zum video kurs da erkläre ich die themen die in einer theoretischen prüfung auf dich warten und ansonsten sehen wir uns im nächsten video wieder bis dann